Ein Handballverein und er ist so ein Potsdam. Ja, ist er. Was habe ich gesagt? Der Verein hat einen Adler als Maskottchen. Es ist ein sehr guter Verein, man kann gut trainieren, die Halle ist gut. Mehr weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wenn sie in der MBS Arena spielen, dann rufen die Fans, wenn sie im Ballbesitz sind, immer VfL, VfL. Danke. Bis zum nächsten Mal.